Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem Medikamente per Klick.de Online Apotheken Haul. Und zwar hatte ich mir die Fitnessbox für 9,95 Euro bestellt. Da aber erst ab einem Bestellwert von 10 Euro Versandkosten freigeliefert wird, habe ich mich noch ein bisschen im Online Shop umgeschaut und dabei ein Aven Sommerspecial für 1999 entdeckt. Bestehend aus einer Sonnencreme, einem D-Roll-On, einer grauen Klatsch und noch ein paar Gratisbeigaben, wo ich noch nicht wüsste, was es ist. Und da habe ich mir gedacht, das Schnäppchen lasse ich mir nicht entgehen, kann Versandkosten sparen und eine Sonnencreme brauche ich eh. Und jetzt habe ich eben die Sonnencreme mit sehr hohem Schutz, 50 plus, wasserfest, für empfindliche und trockene Haut reingepackt bekommen. Empfohlen wird halt vor jedem Sonnengang eine durchschnittliche Menge von 7 Pumpstößen auf Gesicht und Hals aufzutragen. Und da kommen wir auch schon zum coolen Design. Ist so ein Zwitter-Produkt, sage ich mal. Oben ist eine Tube, unten ist ein Pumpspender. Ja, sowas hatte ich auch noch nie als Verpackung, von daher finde ich schon mal richtig cool und ausgefallen. 50ml hätten im Online-Shop 12,13 Euro gekostet. Und jetzt gerade im Sommer sollte man ja darauf achten, dass man auch unter Make-Up Sonnencreme trägt oder gerade auch wenn man am Strand ist. Von daher freue ich mich sehr auf das Produkt. Der D-Roll-On ist ein regulierender Stift und zwar ohne Alkohol, ohne Aluminiumsalze für empfindliche Haut. Hier verspricht mir halt ein innovatives Konzept mit enthaltenen Ferulit-Kristallen, also ich hoffe ich spreche das richtig aus, die dann für eine progressive Wirkstofffreigabe sorgen und mir somit einen wirksamen und langanhaltenden Schutz ohne die Haut zu reizen bieten sollen. Bin ich sehr gespannt, das Thermalwasser soll natürlich noch hautberuhigend sein und hat auch noch reizlindernde Eigenschaften. Also ich denke mal, man kann es auch eben nach der Rasur anwenden, worauf ich mich sehr freue, ob es dann eben brennt oder ob es wirklich sehr angenehm ist auf der Haut. Die Anwendung steht ja auch auf gereinigte und trockene Haut auftragen, also müsste man es eben auch nach der Rasur anwenden können. 50 Milliliter sind drin, die dann im Online-Shop 8,34 Euro gekostet hätten. Riechen tut er jetzt nichts, er hat keinen starken Geruch. Ich bin dann gespannt, wie er dann in der Anwendung, ob er irgendeinen Duftstoff noch abgibt. Außerdem tut er halt wie jeder normale D-Roll-On und mich interessiert auf jeden Fall auch, wie er dann Gerüche bekämpft. Und jetzt können wir auch schon die beiden Produkte wegschieben, denn ihr wollt ja sicher wissen, was habe ich dazu gratis bekommen. Also einmal diese wunderschöne graue Klatsch mit den vielen silbernen Ringen. Dann hier am Reißverschluss steht noch Aventa-Malwasser und ist eigentlich eine ziemlich große Klatsch. Also kann ich mir gut vorstellen, durch das schicke Design sie zu jedem Abendoutfit kombinieren zu können. Und dann präsentiere ich euch die Gratisbeigaben auf einem weißen Frisbee, denn so hat es nämlich drin gesteckt in der Tasche. Also einmal haben wir von Imuflora Denkzettel drin. Finde ich sehr schick verpackt. Einmal hier ganz große, dann mittelgroße und die kleinen haben schöne bunte Farben. Und so einen Denkzettel kann man, glaube ich, immer mal gebrauchen. Von daher schon mal ein Top-Produkt. Dann das nächste ist ein Badethermometer. Wollte ich mir eigentlich schon ewig mal zulegen. Jetzt habe ich eins in so einer wunderschönen Fischform. Hier steht halt noch drauf, dass die optimale Badetemperatur für Babys 37 Grad ist. Und auch wenn man jetzt Badesalze nimmt, so wird, glaube ich, immer 38 Grad haben. Von daher kann ich jetzt endlich meine Badesalze oder Badezusätze nach Gebrauchsanweisung und nicht mehr nach Gefühl hinzugeben. Dann das nächste Produkt finde ich auch richtig klasse. Und zwar kommt das von Jungle Formula bei Arzaron. Ein Complete Insektenschutzspray. Bis zu sechs Stunden starker Schutz für die ganze Familie. Besonders hautfreundlich. IRF ist die 3. Und zu anzuwenden ist es sorgfältig auf die gesamte unbedeckte, trockene und saubere Hautstelle. Augenlippen und verletzte Haut soll man aber aussparen. Zur Benetzung im Gesicht soll man es vorher halt auf die Hände spüren und dann im Gesicht verteilen. Und ich freue mich einfach nur, dass sie sowas reinpacken, weil gerade im Sommer habe ich hier echt auch mit Mücken zu kämpfen. Und dafür ist das das perfekte Produkt. Ist jetzt halt so eine Sondergröße oder Tester 15 Milliliter. Da habe ich mir ausgerechnet, würden jetzt 1,56 Euro kosten. Und von daher schon mal ein ganz fetter Daumen hoch das Produkt. Auch schon in dieser kleinen handlichen Reisegröße finde ich es klasse. Passt in jede Tasche. Für da schon mal ein ganz fetter Daumen. Dann das nächste Produkt kommt von einer Marke, die ich auch nicht kenne. Und zwar Aderma. Ein Repairing Stick von Derma Libroir. Zu deutsch einfach ein Wundpflegestift für verletzte Hautstellen. Kann man bis zu dreimal täglich anwenden. Ist jetzt eine Originalgröße. 8 Gramm würden kosten 6,71 Euro. Finde ich auch schon mal richtig gut. Weil gerade im Sommer hat man ja oft nackte Haut. Und die ist natürlich dann leicht zu verletzen. Von daher ist dieser Stift auch sehr gut. Auch wieder handlich klein und perfekt, dass er in jede Handtasche passt. Der Frisbee ist einfach ganz schlicht weiß. Dazu muss ich glaube ich jetzt nicht mehr viel sagen. Und jetzt habe ich mir so ausgerechnet, dass die Clutch so 5 Euro kosten würde. Diese drei Produkte hier habe ich mir so um 2 Euro gedacht. Und mit den anderen zusammen habe ich etwa 15 Euro dazu geschenkt bekommen. Und das ist schon mal klasse. Also habe ich sozusagen 19,99 Euro bezahlt. Und fast für diesen Preis dann noch was geschenkt bekommen. Von daher ein ganz großer Daumen hoch. Wenn ihr euch jetzt noch die Fitnessbox bestellen wollt und die Versandkosten sparen wollt. Denn derzeit gibt es noch die Fitnessbox. Dann kann ich euch das echt empfehlen. Schon einmal wegen den coolen Avent Produkten. Und dann noch den schönen Gratisbeigaben. Ich habe mich sehr gefreut. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.